Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft mit Nahenwähnlichkeit und dem Nekro dahinten. Hier, warte mal, da, hier, hu 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 hu, klitzi. So, ich geh mal hier ein bisschen auf Tauchstation. Bisschen Leben abbauen. Ja, ich glaub, warum baue ich denn eigentlich Leben ab? So viel Leben, wie ich bei mir schon wieder abgebaut hatte. Das ist extrem, vor allen Dingen, bei mir war es was krasses. Ich hab ja kein richtiges Gewässer, sag ich mal. Ne, du musst das passieren, wie er geklopft hat. Was wir hier auch noch nie gefunden haben, ist ein Dschungel-Drio. Achso? Aber wir scheinen hier auch auf einer großen Insel zu sein. Na, alles ist im Endeffekt eine große Insel. Ja, aber. So eine große, dass du nie jedes Bier hier drauf hast. Ja, ja. Ah, Luft. So. Ja, ich habe noch nicht die Schacht. So. das ist das was ich mir jetzt vorstellen ein kleines stück von eben noch aber es ist ein kompletter block eigentlich zwei blöcke hoch bei den stufen das ist ja auch das im endeffekt durch den raum der dort und und gleich dann steht das ist doch dass da eben halt ein block ist mitten in sommerlichen zeiten habe ich weihnachtslieder aus oben habe ich recht was mit mir nicht geht es geht mit dem gute frau die nächste frage vielleicht weil mit zu warm ist und ich mich deswegen kalte gedanken über 30 grad wenn wir ich habe ich mal videos von gemacht was ungelogen sei es ich früß und vierer an einem küchenfenster und habe dort den himmel gefilmt in der hoffnung gesteht man die blutze einfangen und ich habe es geschafft hast du den letzten verband ne hast du denn ins glas gesteckt dürfte ich dir noch vom s3 haben die videos ja auch das erst mal weil sie mal her bekommen geile sonne ich hätte habe ich bei meinen trüben der der so ist auch richtig geil das kenne ich gar nicht kannst du den mal machen du musst ja fest spielen nö gut und machen wir mal den scheiwa ist groß na komm ach so ist ja das sieht auch gut aus ich will wenn da drüben kein schilder keine ahnung warum in der hölle kannst du kein schilder rein warum das geht gar nicht warum das ist ja so zappen du so das geht gar nicht das ist abworte ich ne wenn du mit schilder spielst du in der hölle ja bei mir aber auch ohne schilder ohne ist es relativ hell ja ich hab mir anderes textum ich hab's voller gefunden oh geil guck mal die sonne geht runter jetzt haben wir eine kleine nacht haxen gebrochen das fehlt dir auch noch was das dir der haxen bricht nö das gibt's ja bei rust wenn du von so weit oben runterhubst kannst du die Beine brechen das die r 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 noch es sagt nach dir Kannst du nicht beweisen. Ich habe es auf Video. Kannst du nicht beweisen. Ich habe es auf Video. Nein. Soll ich dir meinen Youtube Channel geben? Nein. Kannst du mal drauf gucken. Wenn du es auf der Platte hast, hast du es noch nicht hochgeladen. Das können wir gleich machen. Na komm. Toll, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Wie viel raus? Na komm. Ich mache das mit Channel, ich weiß nicht. Schon gut geiler. Alter, habe ich jetzt viel rausgepickt hier aus der Wand. Das machen wir komplett zu mir. Okay, was hast du noch rausgeholt? Diese Roten Steine hier, die sind Granit. Kannst du noch 5? Granit, Deorit. Kann man damit eigentlich schon irgendwas machen? Glöcke, ne? Ja, ja. Toll. Kannst du noch Meißelten machen und... Und noch einen Klappen... Äh, was will ich noch? Ich glaube, Treppen kannst du und rausbauen? Ne, Treppen, ne. Treppen, ne, das weiß ich, weil ich schon versucht habe. Wollte mein Dach bei mir aus, 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 gerade nicht machen. Also? Hm. Ging doch blöderweise nicht. Äh, irgendwie... Verdammt! Weißen? Moment. Du schulst in die falsche Richtung. Ich nehm's an. Ich seh' dich doch. Ich seh' dich nie. Da lang geht's. Habe ich doch in die Richtung geschwommen? Wer jetzt erst? Ne, ich bin doch vorhin auch schon hier lang gehabt. Du hast, glaube ich, beschossen? Nö. Weil da ein Pfeil drinne steckt. Da vorne. Da oben haben wir Spider-Man. Holt die Handys raus, wir haben ein kleines Netz. Was? Holt die Handys raus, wir haben ein kleines Netz. Spiderman ist da. Spiderschwein, Spiderschwein. 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 So, und ich leg mich jetzt in den Fortskapsel. Oh, okay. Oh, okay. Du kriegst dir Schnee. Deinemricks ist doch schon etwas Kalzium. Vielleicht können wir doch du das auslösen, weil trotzdem Menschen die Puesensrum bewegen. Wenn man die Puesensrum übernahm. ા�h 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 ા�hાn H de ા�h 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 ા�h��l-glüssr སr ા��l ા��l ા� ા��l ા��l-g0 Jorup es wird größer in den vorwenden. hier haben wir ein bisschen Klöster unverwendet gehabt, aber nur hier vorne halt muss man mal gucken, wenn es schon fertig ist, dann könnte man ja mal die Erntemaschine anschmeißen die Erntemaschine? was ist denn die Erntemaschine? ne Erntemaschine ja, ach Erntemaschine, ja absolut sorgt ne ich hab Erntemaschine verstanden, was ist die wieder verstanden? ne Kuriositäten, mindestens und weil jetzt haben sie das sogar zweimal ja, noch ist es sonnend wo gehts denn nach oben? Kiekt sie, ne, er kommt ja nur von drüben von drüben, wie das klingt ja, und, 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 du sagst so nur am Sonnabend ja, dachte der ist mein Sonntag ist das genauso wie bei uns? die kommen mit Sonnabend, das ist scheinbar überhaupt nicht klar das ist genauso wie mit dem 3 Viertel 14 oder so, äh, 3 Viertel 3 die kennen das nicht als 3 Viertel 3, die sagen dazu Viertel vor 3 okay, ja, ja genauso wie mit dem Nu, was wir sagen, sie ist N U sagen, die denken das heißt Ne Nö, nö, da, da wohl Dich auch schon mal gefragt Ich wurde damals von meiner Ex gefragt Was heik jetzt nu, nu? Heik das ne? so nö, nur heik nu hä? ich kenne, was verstehst Du da drunter ne? nu heikst nu? Einfach nu? nur verstehe ich nie mensch das sex das genauso bleibt schon die 10 ziehen das er noch extremer in der lage abschlippel schon kommt dass die von sechsen noch Krasse Brunier wieder Knochenmehl toll mein Arzt meine Spitzwerke ist bald kaputt ich hab hier und sechs mal Knochenmehl wie viel Fressen denn die Bäume ist extrem geworden ne das ist bloß ok das ist neu läuft da ist noch einer ich hab irgend so ne komischen Beutelle ne so ne Beule am Handel ist der Kopf achso ja 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 war ein Leuchter was ist das eigentlich Pupo Fisch wo ist denn den hier da ist n Meer Oh Reppelt? Ernsthaft? Die Tropfen auch heißen gleich? Die heißen, ne? Ja, dass das die Meerschweine in die Tropfen ist mir schon bewusst. Sicher? Ja, bin ich mir sicher. Ach, die Sonneblende. Wann ich nicht? So. Oh, 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 oh. Wir haben bloß noch viermal Eisen, ne? Echt? Ja. Da? Oha? Oha? Zumindest hier hinten, ich will nicht ob noch was ist. Ich nehme schon jetzt in die ganze Zeit. Ich habe noch mal eine Spitzung gemacht, bei meinem Beinbottes. Wenn noch genug ist, machst du dir mal drei und mir nochmal zwei. Na, ran, wo wir mal wieder runter. Man muss so am Arm. Hast du irgendwo Ärzte? Da stehen? Pflasterstelle, Ärzte, Granit. Jetzt mal rum. Dir bla bla. Da, Ärzte und Wärzte. Na, 16 Blocker fallen. Oder Eisenblocker. Ja, da haben wir noch ein kleines Nutter. Minimalistisch. Sehr schnell weg. Mhm. Vor allem bei deinem Eisenverbrauch, ey. Mein? Ja klar, du hast da viel Steisenmangel. Der war so schlecht, dass er schon wieder so gut war. Ich weiß. Was? So, was haben wir denn jetzt? Ein Holz. Fichtenholz. Fünfe. Schwarz-Eichenholz. Einfach. Reiche. Zweimal 64. Und ein 33. Oh, so groß haben wir genug. Das ist Schein. Ah, jetzt. Reichen ein 20 Spitzhacken? Was? So viel doch nicht. Würdest du das jetzt hier ablegen? Danke. Ah, hier haben wir auch noch ein bisschen. Toll. Du wolltest wie viel haben? Äh, noch zwei. Das wollen wir noch drei machen, oder? Ja. Dass jeder drei hat. Also, der didof. Mal sehen wir eben auf der alte herkömmliche Art. Oh, Kühl müssen wir noch zusammen sitzen. Mö. Zack. so jetzt wird uns jetzt er im schwingen geht doch mal auf einander zu aus der Hand rausnehmen die Röntgen aufnimmt zu dann bumsst ihr zwei jetzt kommt die blöde Kuh an das war jetzt Gruppensext Massenbümsen auch so Evi rausgekommen gibt da so deutsch-sächsische Handbuch ja zum Beispiel warte mal, geh mal zurück Moment guck mal Richtung Haus was ist das hier na, nee, geh mal zurück das hier bist du das ist doch mein Name nicht das liegt am Schädel okay äh, nee, es gibt da direkt ein sechsisch-deutsch-buch ja, alles was schon in der Handabzieht dann so aus okay und alles was okay, Helmier musst du mir mal gucken nee Kohlzeri Mordko Helmier okay, na du Mädchen guck mich mal an Halt die Klappe na hier, das ist wirklich ein Mädchen-Skin ja, komischerweise wurde ja bei Antrimi angezeigt, Tray-Sony, wieso so, hier nochmal eins und Tiernummer zweet na, und Tiernummer zweet na, und Tiernummer zweet wunderbar wunderbar dann erst noch mal in der nächsten Folge wir sind schon wieder am Folgenende Dativ oh wieder Über Jesper ok Leute, wenn es euch gefallen hat lasst da einen Kommentar, einen Daumen oder Abo oder alles wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal tschüss tschüss schade schade Important fascist